Wir schauen uns heute einmal eine Forex Trading Strategie an, welche ich vor allem bei solchen Trendkanälen wie hier in diesem Beispiel einmal nutze, wie die Strategie funktioniert und wie du diese Strategie ideal für dich mit nur zwei Indikatoren umsetzen kannst. All das wirst du in diesem Video einmal Step by Step erfahren. Von daher bleib unbedingt bis zum Ende dran, um dort auch keinen Schritt zu verpassen. Bevor das Video jetzt aber losgeht, der Hinweis mit dem ersten Link in der Videobeschreibung, kommst du zu meiner Trading Team VIP Gruppe. Dort erhältst du alle meine Trades zum Kopieren, du bekommst meine Investments und noch vieles mehr. Von daher checkt das Ganze an der Stelle gerne einmal ab. Ansonsten würde ich mir auch sagen, wenn dir das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, let's go! Das Erste, was wir wie immer natürlich machen müssen, ist uns hier einmal auf TradingView zu begeben. Dafür habe ich jetzt hier TradingView schon einmal geöffnet. Wichtig da auch diesen Link hier einmal zu nehmen. Wir klicken hier einmal drauf und werden sehen, dass wir dann hier einmal bei TradingView auf die Startseite kommen. Was wir jetzt hier noch machen müssen, ist natürlich einmal unser Asset einzugeben. Und dafür gehen wir hier oben einmal in die Suchleiste rein und geben jetzt hier Euro gegen US-Dollar ein. Hier gehen wir jetzt einmal in den Chart rein, drücken also hier auf Chart öffnen und dann sehen wir uns gleich im Chart wieder. Im Chart angekommen sieht das Ganze jetzt hier einmal so aus. Und hier sehen wir schon einmal perfekt, wofür wir die heutige Strategie brauchen, denn hier haben wir im Euro-US-Dollar so einen wunderschönen Trendkanal geformt, welchen wir als Trader natürlich dankend annehmen und diesen dann auch dankend sehr gerne traden wollen. Das Erste, was wir hier machen müssen, nachdem wir das Ganze einmal gesehen haben, also nachdem wir hier einen Trendkanal bestimmen konnten, für die Leute, die nicht wissen, was ein Trendkanal ist. Ein Trendkanal ist im Endeffekt eine kontinuierliche Bewegung in eine Richtung. Und dort ist immer zu beobachten, dass wir sowohl Lower Highs, also immer tiefere Hochpunkte, wie ihr jetzt hier seht, bilden, ja, in einer kontinuierlich verlaufenden Richtung. Zusätzlich auch wichtig, dass man hier immer tiefere Tiefpunkte hat in der gleichen Richtung. Und ihr seht, das ist hier überall der Fall. Heißt, hier können wir uns also sicher sein, dass wir einen Abwärts-Channel gebildet haben und dann wollen wir diese heutige Strategie einmal ganz genau anwenden. Dafür brauchen wir heute zwei Indikatoren und den ersten Indikator möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Und zwar ist das der sogenannte EMA. Einer der meist bekanntesten Indikatoren, gleitender exponentieller Durchschnitt. Hier drücken wir jetzt einmal drauf und darauf seht ihr, dass diese blaue Linie hier auch einmal aufploppt. Was wir jetzt hier aber noch machen müssen, ist das Ganze einmal individuell einzustellen. Dafür gehen wir hier oben einmal in die Einstellungen rein. Und hier wollen wir jetzt zunächst einmal die Länge auf 135 ändern und dann ganz wichtig hier den Timeframe einmal auf den 4 Stunden Timeframe einstellen. Das bestätigen wir jetzt, nachdem wir hier aber noch unsere Farbe einmal eingerichtet haben. Ihr könnt da jedige beliebige Farbe nehmen. Ihr könnt das auch auf blau lassen. Ich nehme jetzt fürs heutige Video hier einfach einmal weiß, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist. Dann drücken wir hier auf OK und dann haben wir den ersten Indikator hier auch schon einmal perfekt eingestellt. Was wir jetzt dazu nehmen, ist ein sogenannter Support und Resistant Indikator, welchen ich für euch heute rausgesucht habe. Das heißt, ihr geht hier in die Indikator rein, gebt jetzt hier ein Support and Resistant. Und hier nehmen wir jetzt einmal den ersten Indikator, also diesen hier, drücken da mit links einmal drauf. Und darauf seht ihr, kommen hier auch schon ganz viele Linien in den Chart rein. Wichtig bei diesem Indikator, die Buy and Sell bzw. diese Bs, die beachten wir für das heutige Video hier nicht. Das sind lediglich Hinweise. Was wir jetzt machen, berücksichtigen diese roten und blauen Linien. Wir machen das Ganze aber jetzt hier noch einmal unsichtbar, indem wir hier oben drauf gehen und dann hier dieses Auge, sage ich mal, einmal draufdrücken. Das heißt, wir verbergen den Indikator und was wir jetzt hier machen wollen, ist einmal den Trendkanal hervorzuheben. Dafür können wir einfach, sage ich mal, diese Bereiche uns markieren, die wir hier sehen. Wir verbinden hier einfach einmal die ganzen Hochpunkte übergeordnet und zusätzlich verbinden wir dann hier unten einmal die ganzen Tiefpunkte, welche wir hier vorliegen haben. Das Ganze sieht dann einmal ungefähr so aus, natürlich hier jetzt noch mal ein bisschen genauer und das untere machen wir jetzt hier in dem Fall einmal grün und das obere lassen wir jetzt hier einmal rot. Jetzt haben wir hier übergeordnet einmal unseren Trendkanal bestimmt. Jetzt nehmen wir diesen Indikator wieder dazu und zwar drücken wir hier wieder aufs Auge. Und was wir jetzt machen wollen, ist, sobald dieser Indikator in rot jetzt zum Beispiel in diesen roten Bereich reingeht, wollen wir in einen Short Trade reingehen. Also ihr seht hier zum Beispiel auch, dieser wäre jetzt zum Beispiel für uns hier nicht der Redewert. Hier wieder mit dem rechten Schritt hier, also mit dieser Linie, die ist hier in diesen roten Bereich reingegangen. Und dort wollen wir immer in einen Short Trade einsteigen. Wir müssen hier auch wirklich in den roten Bereich gehen, also sowas wie hier unten, das reicht uns jetzt hier in diesem Fall einmal nicht. Wichtig ist, warum haben wir den EMA dazu genommen? Denn wir wollen, sobald wir uns unterhalb des EMAs befinden, in einer sicheren Strategie nur auf Short Trades fokussieren. Wenn wir natürlich etwas risikoreicher sind, kann man auch die Long Trades nehmen, aber wir sehen, dass das hier in dem Fall eh nicht allzu viele gewesen wären. Heißt also zusammengefasst, wir gucken, wenn wir uns unterhalb diesen EMAs befinden, konzentrieren wir uns hier nur auf die roten Striche, die in diese Box reingehen. Und dort wollen wir in einen Short Trade einsteigen, ja. Das heißt, wir fangen jetzt hier auch erst ab diesem Punkt mit der Strategie an. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, wäre der erste Trade hier an diesem Schritt gewesen. Dieser Schritt ist hier, beziehungsweise dieser Stift ist hier reingegangen. Und dann wollen wir hier natürlich einmal schauen, hey, wo wären wir hier in den Trade reingegangen? Mit der nächsten roten Kerze, heißt wir hätten gewartet, bis diese Kerze hier geschlossen hätte. Und wären dann mit der nächsten rot geschlossenen Kerze hier in einen Trade reingegangen. Und ihr seht, das Ganze wäre hier einmal perfekt aufgegangen. Auch hier sehen wir das Ganze wieder, wir haben hier den roten Strich in der roten Box. Mit der nächsten roten Kerze wollen wir hier in den Trade reingehen. Heißt, wir wären jetzt hier in einen Trade reingegangen und sehen, ja, auch dieser wäre hier perfekt einmal wieder aufgegangen. Wichtig hier, ich lasse die Short Trades immer bis circa zur grünen Box dann auch laufen. Denn das ist unser Support Bereich übergeordnet. Und dort wollen wir dann immer aus diesem Short Trade austreten. Wir sehen auch hier, ja, an dieser Kerze mit der nächsten roten Kerze, wären wir hier wieder in einen Short Trade. Hätten unseren Short Trade jetzt hier bis zum grünen Bereich einmal aufgestellt. Und hier wären wir jetzt wahrscheinlich nicht in unseren Tech Profit bisher gelaufen. Wären hier nach wie vor positiv in unserem Trade. Hätten aber hier wahrscheinlich Teilprofite mitnehmen können, ja. Ja, also ihr seht ungefähr, wären wir hier bis zu diesem Tiefpunkt hier rechts über 1% im Profit und stand jetzt auch hier schon 0,9% wieder im Profit gewesen. Ja, also Leute, ihr seht, wie diese Strategie funktioniert. Ich suche jetzt hier nochmal ein Beispiel für eine Long Position aus, also für einen Aufwärtskanal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir haben jetzt hier einmal so einen Trendkanal für eine Aufwärtsphase. Und hier wollen wir uns jetzt auf die blauen Striche konzentrieren. Heißt, hier wollen wir jetzt gucken, sobald die blauen Striche hier in die grüne Box reinlaufen. Wir befinden uns nämlich hier überhalb des EMAs. Wollen wir in einen Long Trade reingehen. Und wenn wir uns das einmal anschauen, wäre das ab hier der Fall gewesen. Heißt, hier mit der nächsten grünen Kerze wären wir in den Trade reingegangen. Hätten unseren Take Profit an der roten Box einmal aufplatziert. Aber hier wären wir dann auch mit Teilprofiten rausgegangen. Heißt, dieser Trade wäre hier auch perfekt einmal aufgegangen. Und ihr seht, das Ganze funktioniert hier wirklich relativ einfach mit jedem Trade. Wichtig dabei ist natürlich immer, dass das Ganze hier in einem Trendkanal ist. Und auch hier wären wir mit mehreren Prozenten rausgegangen. Ja, ihr seht, da findet man jetzt nicht jede zwei Minuten den Trade-Einstieg. Aber man findet hier schon einige. Und alles in allem ist das hier eine zwar etwas komplexere Trading-Strategie, welche in meinen Augen hier aber extrem gut funktioniert. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, war es das aber auch schon zum heutigen Video zu dieser Forex-Trading-Strategie. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst den ganzen gerne ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.